gehe ich ganz schnell nach hause um neue sachen zu holen beziehungsweise ich da die echt nicht zurück so aber kostet mir viel level das vergessen es mein nicht mein freund das mein nicht hatte ich schon mal nicht so witzig weil wir kein weiteres solz haben muss ich erst wieder mir holen natürlich blöd das ist natürlich blöd die erde packe ich nicht nehme ich auch mal das kurz mit so außerdem ist jetzt gleich ich will jetzt gleich die frage klären was wird der tunnel gemacht was leider von euch nichts gesehen und kommentaren entsprechend muss ich jetzt selber schauen was sich da vielleicht am besten eignet ob sie da fließen werde ich super krass uns aber vergessen das funktioniert ok die allerride stairs glaube ich sind ganz gut erinnern die smoothen die smysen ja ja doch wenn dann die smysen da ist nichts da ist gar nichts oder standardmäßig wer ist gar nicht doch hier sowas halt passt erstmal haben wir wahrscheinlich nichts von mir wir haben absolut noch was davon ja okay das ist nicht schlecht das heißt eigentlich nur so habe ich den stack ist einfacher so und so so davon werden wir ordentlich was braucht das mal ja auch weil das wird der untergrund für die schienen auch gleichzeitig auch am meisten sinn wenn wir da das außengehäuse schon haben es ist schon wieder nacht das kannst du kann aber gefühlt die ganze dunkel mit dem schalter auf der anderen seite den ganzen schatten und mit der wie die sonne steht natürlich in tristinke ein theoretisch könnte man sehen sonst überlassen weil der auch irgendwie passt passt lassen wir ich habe jetzt ich vergessen dann habe ich das vergessen genau aber was benutzen wir sonst als boden ich habe gesagt dann trotzdem den oder warum ändern auf einmal dann muss ich trotzdem noch mal zurück weil funktioniert sonst nicht ich wieder voll was hinterlöst das alles weg kurz das soll es nicht also dann machen wir das nämlich kurz schnell dann mache ich das nämlich weil da brauchen wir auch ein bisschen was von und theoretisch muss ich es ja nur so machen nein falsch blät absolut falsch das ist echt doof aber wir müssen ja hier nochmal eins runter und oben dann auch nochmal zwei eigentlich sondern auch zwei ja ja im und ja 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 Nein, Kollege, äh, gar keine Lust gerade. Bin ich dir ehrlich. Okay. Ja, und... Was hast du dir gebracht? Sag's mir. Ja, Leute. Ja. Wenn's hier Spaß dran hat. Oh, ne. Okay, also unter Wasser zu bauen, das ist ja alles so schwierig. Okay. Hier sind wir schon wieder. Ja, vielleicht da. Okay, hier muss ich schauen. Inwiefern... ...das funktioniert. ...dannier... 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 fällt gerade auf muss so das finde ich so gut was ist okay aber das ist die höchste nein bitte mich nicht runterziehen in abgrund also wir haben ja noch das problem mit der lichtquelle auch da mache ich mir jetzt noch keinen kopf ich möchte erst mal dass die dass der tunnel steht oder dass da wasser drin ist dass ich mich da sicher bewegen kann dann ist mir das eigentlich alles egal war natürlich super schlau ach so ich muss hier einfach nur durch das war super schlau von mir dass ich mir jetzt meine kreuzung weg gebaut habe und erinnert sich aber nichts dran so die können mich nerven versuch das halt aber ihr wisst doch selber dass das nix wird ich schaden ich verstehe sollte klappen zeitlich da habe ich jetzt habe ich jetzt da schon abgebaut das passt ich brauche kann ich jetzt noch nicht dann ist es egal setzen wir die reihe oh gott ist das stressig nein wieso leben die denn immer noch oder so viele noch wenn die können ja von mir aus ruhig rumschwimmen hat man wenigstens was zu sehen weil in dem opec fisch vielfalt ist ja nicht so ach das habe ich natürlich nicht vorbereitet zum genie manchmal warum habe ich denn das jetzt nicht gemacht was habe ich das nur im mittelgang gemacht also sprinten geht ja nicht also sprinten geht ja nicht ich bin mir mal ganz kurz zu ruck das ist so stressig das ist so stressig so eine richtung haben wir die andere muss ich auch noch freilegen ach ja das passiert wenn man sich die arbeit nicht macht ich kann nicht voran es ist so schlimm etwas so nervig sein es geht nicht es funktioniert nicht seht ihr das ich kann auch nichts dagegen tun dass ich schneller werde also blöd zuzuschauen nein nein was war das denn für ein geräusch erst mal bis hier hin weil dann brauche ich treppen aber wenn ich das jetzt schon mal platziere habe ich wieder ein bisschen mehr inventar platz dann würde es keinen sinn machen wenn ich jetzt die ganz treppen platziere äh die ganz treppen crafte und die dann nicht platzieren kann weil ich volles inventar das klappt hier wird es wieder nervig deswegen platziere ich erstmal so es dann dann so aber so da ich würde zwar gerade sagen endlich fertig aber er ist der anfang ganzen wände ist das gleiche theater decke noch mal ach jetzt echt immer noch regel von euch wo kommen die denn schon wieder her und greifen sich jetzt schon wieder selber an weil die ich nicht die hellsten sind aber dann habe ich bis an honduktu geschickt wenn ich auf der karte sehe da sind immer nur so viele als wenn ich jetzt hier das pech hat dass da so viel seegras ist ja ich ertrink schon ich spiele so nein ich natürlich nicht da haben wir die platziert so schön die reihe auf jeden fall weg und ich glaube das passt schon wenn ich da dann stairs rein platziere ich glaube das rundet sich dann auch jetzt gedacht dass ich schon wieder nacht ja krass so ein schmarrn so genau hier war ich mir nicht sicher ob ich das und will aber und jetzt hier auch stein büden rein machen damit es wirklich in der zelle aussieht aber soll es hier im endeffekt gar nicht sein soll er keine zelle sind sondern soll der erste ankunftsort eines zombie villages sein in dem er sich ausruhen und wieder zum alten menschsein finden kann deswegen das passt schon das ist absolut in ordnung gut direkt wenn ich auf der karte so sehe wir haben extrem viele creeper hier und doch ab und zu mal mehr zombies und zombie villager noch nicht gesehen dann würde ich da ja wohl das wäre jetzt richtig nervig wenn ich jetzt einen sehen würde glaube ich einfach aus dem simplen grund weil ich jetzt gerade nichts mit dem machen könnte so wir gehen nach hause wir haben schon wieder ein titel in die richtung es kann in der richtung sein ach so echt da oben oder was wo ist die tüte 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 ich sehe nichts sicher nichts dann kann es mir wurscht sein jetzt äh ne jetzt bin ich wieder voll jetzt bin ich jetzt wieder voll wie geht das gefangen warum habe ich so viel stairs jetzt weiß ich wir brauchen glas durch das nächste was ich machen wollen würde im extrem viele glasscheiben das bringt im endeffekt gar nichts ich glaube ich nehme normales glas einfach dafür wenn wir ganz dreist in dem normales glas brauchen wir ein bisschen mehr bisschen sehr viel und ich das man nebenbei immer zu schmelzeln was brauchen wir noch in wände wollen wir auch holz ich sehe gar nichts zu bauen dann ist es auch wieder egal so wir gehen auf jeden fall jetzt gut hier frage wie wir das machen sagt man ja so ach keine ahnung ich wollte irgendwie so eine art muster rein machen aber ich habe keine zeit dafür hatte mal gesagt 3x3 3x3 macht so wie wir es gerade haben wir noch keinen sinn wenn ich 3x3 will müssen die decken ja 3 hoch sein genau und dann kommen wir hier die stairs rein wie gesagt das wird die auf jeden fall platzieren jetzt mal kann ich irgendwie das wird nicht leicht ach nein also jetzt nervt die mich kommt bitte das ist so eine fiesle arbeit das ist wirklich kein schönes bauen gerade für mich und dann er von diese dinge da die ganze zeit crazy kommt gibt ruhe jetzt nervt jemand anderen wird von dem zeug auch deutlich mehr brauchen merke ich gerade merke ich gerade merke ich gerade merke ich gerade Untertitelung des ZDF, 2020